was geht ab leute sehen ist wieder da mit einer neuen folge let's play transformers devastation jetzt wechseln wir mal kurz den hier aus und gehen wieder auf den ersten dann einfach mal alle spielen ein bisschen rundum durchmischen für streuschuss doppel cryo schwert hyper cryo hammer kleine blaster stahlschwert thermalschwert das ist doch schon vorher gewesen also die 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 Nein? Warten. Ausrüsten. Dann gucken wir doch mal. Doppel-Cryo-Schwert. C. Möbel. 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 Doppel-Doppel. Deine Kryostreuschuss. Doppel-Energonschwert. Doppel-Energonschwert. So. Zack. Hier kleine Blaster, ne der Sprecher. Kampffschwert. Kryptohammer, Thermalschwert. Nehm noch den hier. Das. 2 mit 1. 1, 2, 3. Na, wo ist denn der Stahlschwert? Ja, Stahlschwert. 419. Vier Schwächer, vier Schwächer, vier Schwächer, vierzehn, 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 Einschutze auch viel schwächer. Boah! Na gut, dann machen wir noch Synthese. Kommen wir erstmal bei den Fernkampfwaffen, da haben wir die Thermal-MG, die machen wir jetzt mal, ach ne, ist ja auch ausgerüstet, ist alles ausgerüstet, ja, außer die Thermal-MG, Zack, Zack, Stahlschwert, mit dem Top, mit den Grimlox Handschuhen, dann noch das Stahlschwert mit dem Thermal-Schwert, und das Stahlschwert mit dem Doppelstahlschwert, Stahlschwert, so, so, Tech, Fahrzeugverteidigung erhöht, yay, so, dann gucken wir noch kurz in den Shop, Kaffeein, Oh, eine Brandachse, eine Abrissbirne, eine Frostachse, Krostachse, ne, ne, ach, ausgekauft, ja weiß ich, das muss ich überhaupt nicht so geil, ne, Ah, das spare ich erstmal. Hier, dann mach ich jetzt mal mit Bumblebee weiter. Oder? Ja, komm. Guck mal was der Kleine ist, dann. Der Kleine. Doppel-Energon-Schwert und Kryo-Sträuschers. So, was müssen wir denn jetzt machen? Halt, falsche Richtung. Ja. So, da lang. So. So, da lang. So. 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 We passed Red Energon back aways. That stuff goes boom. Pelletran 1. Scan for Red Energon. Scanning. There are two caches nearby. Warning. Decepticon activity detected. Maintaining visual surveillance. Okay. Trage Energon. Durchbrich mit Energonwürfeln irgendwas. What? Sind diese Sicht jetzt so behindert? Woher kommen diese Mauern? Als Folge des Cyberforming sind in der Stadt mehrere technologische Barrieren aufgebaut, die den Decepticon Barrieren aus der Stadt Kaon ziemlich ähnlich sehen. Es gibt sie in bewaffnete und unbewaffnete Formen. Unbewaffnete Kaon Barrieren müssen nur lange genug angegriffen werden. Bei bewaffneten Kaon Barrieren ist vorsichtiges und konzentriertes Vorgehen erforderlich, um unbeschadet an ihm vorbeizukommen. Na dann. Zack. 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 Nee, ich wollte das Ende jetzt in so Tabletop-Racing irgendwie. Ich muss da hoch. Missed. Und... Huh? Und... Huh? Und... 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 Das Auto kann ich nicht mehr nehmen. Ah, das ist wunderbar. Up. Up. Boom. Hey. Na ja, mach ich alles auch. Ich fahre hier noch mehr ab für die. Hey. Komm mal. So. Ich bin Bumblebee, Bumblebee, Bumble, Bumble. Jetzt ist der Scheiß da nicht echt bis darüber tragen muss. Ich bin Bumblebee. So. Ok. Heu, Senegon ist cool! Heu, Senegon is cool! Star's Dream! Luft Commander! Don't make me embarrass you! Away with you! Bam! Bam! Wow! Bam! 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 BOOM! Woah! Woah! Nu! Wow! Wow! Inse! Nein, voll in die Fresse. Aus der Luft gesnipet. 3-fach Wechsler Blitzwing. 4-fach Wechsler Blitzwing. 4-fach Wechsler Blitzwing. Hehehehe! Nein! Du hast nicht den Korn, Blitzwing! Nein! Nö, tut mich! Nö! 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 Ja! 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 Mann was für ein Schiffiges da das wird lustig irgendwie kommen gerade neue Features hier oder beziehungsweise neue Kamerawinkel und Spieloptionen wie auch man das nennen will was was war 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 Zuck, zuck, zuck. Zuck, zuck, zuck. Zuck, zuck. Zuck, zuck, zuck. Zuck, zuck. Zuck, zuck. Zuck, zuck. Zuck, zuck. Zuck, zuck. 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 Nein! So knapp! So knapp! So knapp! So knapp! Wow! Nooo Check! Bam! 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 Ah! Nein! Fuck off! Das muss doch funktionieren! Ah! Ah! Tum! 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 Bam! Bam! Tum! 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 Ah, ah! Ja! Awa! AHHH HETCHART! Boah, ist anstrengend. Also das Spiel echt Spaß muss ich sagen, es ist richtig geil. Ah, haaa. Hä? Hä? Hey! 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 Bleib da! Wie dachte ich, hab ich papp gemacht? Mann! Pisser! Yes! Uh, StarStreams. Null Streak irgendwas. Normalschwert. Doppelstahlschwert. Alles ein bisschen was. So, Waffen. Ausrüsten. Ähm. Ne, Schwäche. Schwäche. 225, 241. Schraubenschlüssel. Ähm. Kampfschwert ist schwächer. Doppelstahlschwert ist schwächer. Thermalschwert ist schwächer. Ja. Hier hab ich vielleicht noch was. Kampfschwert ist stärker. Ähm. Das ist schwächer. Das ist schwächer. Das ist schwächer. Und das schwächer. Das ist schwächer. Und... Ja. ja gut dann synthetisieren wir mal der Glaxialwerfer mit dem kleinen Blaster so zack Schockgranatwerfer mit Starscreams Dinger da so Nahkampf Hyperkryrohammer mit Thermalschwert Hyperkryrohammer mit Doppelstahlschwert und Hyperkryrohammer mit Stahlschwert so kann ich irgendwas im Labor kaufen nö so faszinierend Lass mich sagen es wird funktionieren tp erholen und erhöht yes ausrüsten erhöht die angriff erhöht die Kraft von Fernkampfangreifen so machen wir dann nochmal eins faszinierend 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 wirst wir müssen kauft üb k Erhöhte Kraft von Reversals, Erhöhte Kraft von Fahrzeug-Dino-Angriffen, Verbindeten Heiler, Verbindeten erhalten die mit dir Gesundheit zurück, ich hab keine Verbindeten. Erhöhter Angriffe aber keine Erholungsmöglichkeiten mehr. Erhöhter Angriffe, hab keine Erholungsmöglichkeiten mehr, Erhöhte Kraft vom Haken, Overdrive wird schneller aufgebaut, Erhöhte die Anzahl möglicher Ausweichbewegungen in Folge, zeigt verbogene Schätze auf der Minikarte, hat eine gewisse Chance auf Schadensnegationen. Marijke Musik Oh, ja... Kein. 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 Ja. Dann würde ich sagen, machen wir mal an dieser Stelle Schluss. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst den Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Transformers Devastation. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.